So Leute und damit herzlich willkommen zum Red Dead Online Livestream und ja ich würde sagen, ja wir streamen heute mal wieder eine Runde Red Dead Online und ja ich will ja unbedingt noch ein bisschen aufsteigen im Rang, deswegen habe ich gedacht wir fangen sofort mal wieder mit einem Spielmodus an und ich habe mir gedacht wir fangen mit Sammler an. Ja wir fangen direkt mit dem Spielmodus Sammler an und ja ich sage wir quatschen gar nicht lange und starten sofort mit Sammler. Ja gestern gab es ja schon Livestream, ja jetzt hier in der Corona Krise habe ich wirklich viel viel Zeit und daher wird es jetzt auch öfters ja generell mehr Videos geben von mir und vor allem auch viel viel häufiger Livestreams, was ja so in der Zukunft geplant ist, dass ich irgendwann sogar so komplett auf Streaming wahrscheinlich switchen werde, aber gut das ist eine andere Sache. Ja 60% Sammler, ich weiß nicht, haben wir das nicht schon mal letztens auch mal gespielt, im vorherigen Livestream oder Video oder so, aber ich meine schon, naja gut. Ah, Prozente sind weg, das heißt wir sind eigentlich schon so gut wie drinne. Ja, jetzt müsste es, jetzt sind wir drinne, bin eigentlich mit Sammler gestartet. Hm. Ja. Es ist nur ein bisschen viel Zeit, dass wir das sind. Ja. 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 Ich habe das nicht richtig. Vorne haben wir einen Spieler. Achso, Aufstellung muss ich noch ein bisschen gedrückt halten. Nein. Ich will das Pferd, geht doch. Morgen. Oh, ist kalt. Grad ist aber ziemlich kalt hier. Minus ein Grad ist ja auch schon ziemlich kalt. Hier können wir eine Mission erledigen. Machen wir das mal. Okay, wir können keine Mission annehmen. Dann halt nicht. Ich wollte aber direkt eine Mission machen. Ah, eine Shootout-Serie. Oh ja. Zwei Spieler sind in der Nähe. Boah, ist aber arschkalt hier, also. Ah, jetzt zwei Grad. Ja, jetzt geht's langsam. Da steht einer. Ich weiß gar nicht, gibt's den Online-Modus? Ich glaub nicht, ne. Da gibt's keine random Ereignisse, so. Ah, doch. Der kann sich bewegen. Ich dachte schon, der kann sich gar nicht bewegen. Gut. Hier wären wir. Mach mal das mal. Ich glaub, da war ich nicht so gut. Na, egal. Dann mach mal halt. Hier mit mal weiter. Let's go. Und dann komm mal. Ich beschlebe. Dann mach mal. Okay. Mach mal. Ok, ja gut, dann würde ich sagen, ich bin auch bereit, 6 Leute. Na je, da kann ja wat werden. Ok, ja gut, dann würde ich sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen. Oh, da vorne, oh nice, das war doch gar nicht mal so schlecht, oh man, da geht schon wieder so richtig scheiße hier los. Erstmal eine Waffe wiederholen. Ah, so. Ja? Okay, sonst konnte keiner helfen. Oh je, warum bin ich nur so schlecht in diesem Spiel? Zumindest online bin ich ein richtiger Noob. Leute, das wird richtig... Also, das ist jetzt hier schon wieder so ein richtiger Scheiß hier. Warum bin ich denn so scheiße? Wo soll ich die Schrotflinte? Ich verstehe es nicht. Ey, wovon wo kommen die denn? Ey, ich check hier gar nix. Mensch, das ist so ne Scheiße hier. Ich krieg hier gar nix geschissen. Ja, moin. So, das ist aber nix mit Rang 18. Den ich eigentlich erreichen will. Ach man. Nein, man gibt's Gold und Geld wieder. Ja, fahren wir mal fort. Nein, Gott. Ach, das ist schon wieder richtig. Ja, ohne Scheiß. Was ist das denn hier wieder von mir für ein geiles Gameplay? Ja, bereit. Toll, dass wieder zwei Leute nicht auf bereit klicken. Na egal, dann startet es halt erst in 36 Sekunden. Ja. 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 ковsmだから. Och. Ach. 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 okay oh ach das ist natürlich geil das ist nur zwei dazugekommen jetzt haben wir hier relativ ja es ist ja voll eigentlich also relativ nice nice ja ich sollte vielleicht wirklich mal aus der Hocke agieren da ist so einer ah scheiße warte geht hier äh bullet eye geht sogar geil glaub das geht sogar okay das ist nice oh gott oh 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 Ey Alter, vor allem halt Tiefen wollen schlecht, ey, genauso kacke wie ich Och, was ist das denn? Der Vier Leute Also, beziehungsweise kam halt schon einer wieder Oder war es das so? Ich weiß es nicht, egal Auf jeden Fall Was ist das? Da hinten ist Da hinten ist einer von den Wichsern Ich sehe das Wo ist er? Wo ist er? Der ist hier Der ist in der Hütte, oder was? So, jetzt habe ich ihn gerade gesehen Och Zwei Minuten dreißig pro Runde, okay Ja, nimm du Oh Gott, ich... Ach nee, doch nicht Och, Mann, ich habe mich schon gefreut Ah, ich dachte, ich hätte ihn Er sah gerade für mich im ersten Blick wirklich so aus Naja, gut Da, da hinten Da ist einer Ich... Da ist einer Ach nee, man darf ja nicht da drüber Ah Wo? Hier ist einer Wo? Wo? So langsam ist es echt peinlich So langsam ist es echt peinlich So komme ich niemals zu Rang 18 Ach, ich dachte, da wäre es meine Mann Nimm die Waffe Alter, ich habe keine Munition Ich brauche fucking Munition Na gut Jetzt ist sie vorbei Ey, super Alter, ich fühle mich richtig geil, Alter Boah Wie gut das läuft Läuft halt einfach fantastisch Runde drei von vier Aha Läuft Hier Wo, 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 wo Wo bin ich schon? Ja Na, ey, so langsam Ich rass hier gleich raus Alter Fick dich Oh ja, da ist einer Ach, da ist einer Scheiße. Ey, das kann nicht sein. Ich hab keine Munition mehr. Ey. Letzte Runde, ne? Ey, das ist ja alles scheiße hier. Wo ist denn diese Schraunflinte? Ach, hier unten. Okay. Ey. Alter, warum haben die so einen Aim und ich bin so schlecht? Liegt es echt daran, weil ich noch so niedrigen Rang habe und alles. Und nicht richtig equipped bin für sowas hier. Aber ich glaube, ich habe echt schon auch zu wenig Skills dadurch, dass ich noch so niedrig bin im Rang. Mann, jetzt einmal will ich schon nur einen scheiß Kopfschutz hinbekommen. Oder halt an sich einen killen. Ey. Geh da rüber. Da hinten ist doch einer. Geh da rüber. Los. Go, go, go. Go. Jetzt. Ey. Nein. Nein. Jetzt lieg ich am Boden. Hilfe. Hilfe. Mir hilft sowieso keiner, ne? Ah. Nice. Jetzt bin ich richtig abgenippelt. Ah, nice. Hast du respawn. Hast du respawned. Oh, nice. Kein einzigen kill hier. Pff. Das war echt lächelig. Das war echt lächerlich hier. Pff. Sigh. Ach, das war das. Ach, jetzt fehlt ein Spieler. Obwohl, nee, das ist nicht ausgeglichen, ne? Komm, dann gehe ich auch. Naja, also. Das ist scheiße. Ich will jetzt auch keinen einladen. Ich spiele sowieso keine Redditch-Vidention gerade von mir aus der Liste. So schnell kriege ich jetzt gerade eh keinen. Obwohl, ich jetzt mal versuchen, ah, das ist wahrscheinlich so wie in GTA-On dann auch. Na, egal. Ah, jetzt check doch auf. Ah. Ich schau hier, weil ich hier glaube ich auch gar nicht. Boah, geil, Alter. Das Spiel hat schon eine brutale Natur. Ah, ich dachte, ich hätte sie gerade angegriffen. Ah, ich habe sie gerade angegriffen, okay? Ah, ich habe sie gerade angegriffen, okay? Okay. So. Hier bin ich ja echt noch nie hergeritten. Na, oder? Na gut, das sieht auch irgendwie alles gleich aus. Ja, achso. Tägliches Geld da, okay. Hier ist doch eigentlich einer. Gucken wir mal, was hier los ist. Gucken wir mal reingehen? Tatsächlich. Ah, von dir geht's. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Oh, der ist ein bisschen weg. Ah, da müssen wir uns ein bisschen beeilen, okay. Na gut. Wessen gehen wir hier querfältig ein? Dann sind wir da ein bisschen schneller. Jetzt ist die Zeit aber auf einmal ganz schön gesprungen, oder? Sind wir da eigentlich noch im Online, oder wird man dann so aus dem Online rausgebracht, so irgendwie? Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Ja, aber wie viel Uhr haben wir jetzt? Na gut. Boah, ich hoffe, dass wir jetzt einfach den Wagen holen können und dann war's das. Aber so wie ich denke, glaube ich nicht. Kommt bestimmt jetzt eh gleich noch was dazwischen. Ne, wir sind noch im Online drinne, oder? Da vorne wird doch mal gerade ein Spiel angezeigt. Also man wird nicht in so eine externe Lobby gebracht. Ja, das sehe ich hier nicht mehr. Ach, doch. Vorne ist so ein Spieler. Oder ne, ein Hinweis oder so ist das. Oder ne, ein Hinweis. Ja, ja. Ja, ja. Okay, ach ne, das ist so ne Zusatzmission, die man machen kann. Okay. Okay. Okay, hat nix mit der Mission zu tun, das ist nochmal was zusätzliches. Ah lol, kann man dann noch so nen Zusatzauftrag machen, obwohl man schon im Auftrag ist? Das ist ja interessant. Okay. 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 Kommt man da überhaupt hoch? Das sieht für mich schon ein bisschen aus, aber kann man da nicht hoch? Ach, bitte. Lass mich da herkommen können. Ja, wie immer. Oh, was ist das denn für ein Vieh? Ach, das ist das Vieh, was immer so laute Geräusche macht. Okay, erscheinend ist aber nichts zu tun. Oh Gott, können wir hier? Ja, geht das? Doch, komm, das geht. Ach so. Ach, super. Das war ja eine super Aktion. Dadurch ist jetzt die Mission gefällt, ne? Welche waren das? Da hinten die? Ja, hey, die. Jetzt können wir hier die machen. Ach, scheiß drauf. Ach, super. Ach, man. Na gut, dann reiten wir noch ein bisschen hier her. Oder wir machen jetzt hier, können wir hier nicht ein Camping wo aufbauen. Immer curious. Wie weiß nicht, dass ich dasraelige Kleing, wo weiß nicht Hallo aufbauen aus. Ach. Nee. Kann doch hier auch ein Camp irgendwie aufbauen oder nicht? Komm schon. Ja, komm. Komm mal mit. Ich weiß ja nicht, wohin, aber... Ist das nicht in Kraut, was wir pflücken können? Nee, warte mal. Ja. Das können wir doch pflücken oder nicht? Ja. Noch irgendwas. Ich höre da so gefährliche... Hunde. Ach. Okay. Ja, gut Leute, ich guck mal grad, ob ich, gehen wir mal in den Fortschritt, so, Fortschritt schief gucken. Wir sind Rang 9, Fortschritt schief, okay, den Rang möchten wir reichen, ja gut Leute, das war's, dann heute mal ein Livestream, das war ein mehr oder weniger erfolgreicher, nein gut, eigentlich ein überhaupt nicht erfolgreicher Livestream, trotzdem, für die Leute, die es jetzt als Video nachgucken werden und sich denken, was war das denn wieder für ein Scheiß, trotzdem, wenn euch das Ganze gefallen hat, war ja vielleicht sogar unterhaltsam, dadurch, da es ja wieder so schlecht war, ähm, ja, war es ja vielleicht auch eventuell wieder unterhaltsam für euch, je nachdem, weiß ich jetzt nicht, nein, egal, egal, wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, aber würde ich mich trotzdem wahnsinnig über ein Like freuen, oder nicht, und wenn ihr weiterhin auf diesen Karten auch nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren, ich bin draus, ciao Leute. Jetzt initiated. Ja. Da geht dir das. Vielen Dank.